Mein Name ist Karl Zotter, ich bin Fotografenmeister in Bischelsdorf. Ich möchte Sie zusammen mit meinem Team Susanne und Martin in unserem Betrieb sehr herzlich willkommen heißen. Mit unserem digitalen Fotolabor können wir von allen digitalen Datenträgern und auch von analogen Filmen Fotos, die sofort mitgenommen werden können, bis Polstergröße ausarbeiten. Videospiel Wunderbar 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020